Ich bin Paulina Lorenz und ich bin Gründerin und Produzentin bei Jungminger Film. Wir sind eine Produktionsformer aus Berlin, die sich darauf fokussiert, queere und postmekanische Geschichten zu erzählen, weil wir das Gefühl hatten, dass es in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft total fehlt. Wir produzieren unter anderem zwei Serien dieses Jahr, was super aufregend ist für uns. Einer dafür für NetSneak. Damit moderne Veränderungen passieren kann in der Filmbranche, ist es eben auch wichtig, dass man unterstützt und gefördert wird und deswegen freuen wir uns total, dass wir hier bei Catchy Führer sein können.